Herzlich Willkommen zum nächsten Part. Wir machen jetzt hier mit Spikes Trips die straße dicht ich will jetzt hier alles ab dem auch keine Leute hier durchfahren ich hasse das nicht ich hasse das ich hasse es einfach aber wir haben hier in der tankstelle gefunden falls in der fahre gepackt nicht gesehen habt haben wir eine atombombe gefunden in der tankstelle da vorne und die geht es jetzt zu enttun zu enttun weil es hier alles dicht gemacht wird war hier eine atombombe ist ja außen rum fahren ging das Tatsache ich weiß es ist eine wunderschöne absperrung ich weiß fahr mal fahr mal da zu der seitenstraße da hinten ist nochmals und zugemacht dir mal dich bitte wieso habe ich kein Spikes Trips mehr musst du kaufen soll ich jetzt zurück ja mach schnell hier ist gleich so schön aus meinem wagen okay gucken wir feiern jetzt mal zu anderen eingang gucken dass wir da mal noch mal durchkommen ja ich bin gerade schon dabei ein paar kollegen zu organisieren nicht hier absperren 710 sperr bitte einmal dann bei den zufahrtstraße ab ist doch dumm ist scheiß gesetzleute kommen wenn ich jetzt hier absperre können die einfach dann hier lange verhalten sind die kollegen manchmal eigentlich mehr echt naja was soll man machen man kann da nichts machen bis auf sich fragen warum ein großes fragezeichen im kopf haben und immer noch ein fragezeichen haben warum leute da ist halt das erste part kommt man das gut sehen als falls ihr euch anguckt habt unbedingt angucken da kann man gut sehen dass da wirklich eine atombombe alter in dieser tank schon hinter uns ist ist natürlich ein bisschen abgesperrt aber ja was soll man jetzt in der zeit zu machen so hier sperre ich noch da hinten ab 710 im funk man legt auch nahe gewandt fahrsam weg hierher macht ihr auch mit mache auch mit nahe gewandt dicht aber am besten hier weil dann könnt ihr nicht überfahren so schnell weil die bau bleibt da stehen einfach mit der verstehe bist du funk bist du funk bist du und funk bist du im funk ich höre auf die fall ist das was ich aber nicht höre sein nur hat 110 punkt 1 musst du rein gebiet ist jetzt soweit clear es werden noch weitere umbauten vorgenommen damit diese und durchdringbar ach ja der spannendste job eines polizisten absperren war natürlich ironie ist gar nicht spannend ich bin dabei ich bin dabei das kann mich gar nicht um tickets kümmern für youtube na ja egal gott deshalb ja voll alter ok so ist es war mal da hinten hin machen jetzt noch nicht dann haben wir alles da haben wir auch alles nicht jetzt noch schnell hier rüber vorsichtig schießt schießt Ablegen Ablegen ja wunderbar komplett freie Zufall wir werden über den Parkplatz ne negativ wir werden über den Parkplatz schießen sie schießen sie ich wiederhole Schuss Biffi auf was äh so eskortiert den weißen Pickup ja weißer Pickup 20kw höchstens 40kw runter ja ja schießt genau schießen 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 schießt 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 so schießt ist die Spiel wir haben jetzt die brücke dicht ich will ganz kurz mal gewann zurück geschätzt man hier quer ok so wird sich jemand zu hören du kannst die sperrung wieder öffnen wir sperren jetzt woanders ab die haben jetzt die bombe weg transportiert ihr könnt dann also kannst du schon wieder schreiben dienst aufnehmen das ist jetzt gerade nicht passiert scheiß ok mal mit dem reifen naja ok die brücke abgesperrt hätten ist das wort entschärft gerade der tumor wie sie weiter geht sieht ihn jetzt ein paar klassen dann da oben da ein abo bis nächstes mal tschö